Nein, nein, dadurch dass wir die Missionen da gemacht haben, habe ich ja Fallschirme jetzt zur Verfügung in Ammonation und dadurch auch Fallschirme jetzt zur Verfügung und dadurch auch Fallschirme. Kann man also sein Team ein bisschen mit unterstützen, das ist gut. Jo, Fallschirme habe ich noch gar keine gemacht, ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Haben wir doch vor uns gemacht. Ne, das war ja ein Rennen. Ne, das sind doch die Rennen. Ne, hier sind doch Fallschirme Missionen. Ach so. Missionen, irgendwie, irgendwelche, irgendwo hoch runterspringen, irgendwelche Rekorde machen, hat er mir da erzählt. Genau. Ne, das, also, bis jetzt sind es die Symbole, die wir die ganze Zeit gemacht haben, die Rennen. Hm, genau. Joa, im Arsch der Welt, dieses Scheiß. Dieser Scheißladen, hast du den Laden hier schon? Äh, ne. Schnappen. So. Gut. Gut. Ach so, ich gehe hier. Mach Strik los, mach das Auto um, dass du gleich hinstecken kannst. Und da, was könnte ich noch hinladen. Ja. Ich könnte so nicht inladen. Ghetto Style Von vorne kommen auch welche Links rein am besten Oder rechts oder was weiß ich Nicht nach Hase Dicker, roter, fetter Punkt Was war denn das, Alter? Was ist das hier? Was steht da? Deathmatch Deathmatch Na dann wollen wir mal Richtung unseren Punkt fahren Oh, Bullen sind weg Mehr oder weniger Wieso noch einen Leiden sehe ich gerade? Den hab ich auch noch nicht Ich auch nicht Ich sag mal hast du die Bullen ab? Dann hol dich mal mal den laden Ich will auch mal einen Ich weiß auch nicht, ob wir hier stehen bleiben können Ja doch, im Normalfall fallen die Fahne vorbei Ja doch, im Normalfall fallen die Fahne vorbei Weg Oder sie backen einfach weg Du den hier machst, kann ich den ja nicht machen Weg 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 Na doch Kommen wir mal vorsichtshalber mit rein Aber Ärs sind ziert Was? Was auf die Rednicks auch Was? Wo? So, hab mal abgeknallt. Na toll, mit dem Mut haben wir 3 Sterne. Feilig. Ich hab auch Geld gekriegt. Echt? Ich sehe, der schießt. Jetzt hast du die Tür aufgehabt. Hä? Die Tür abgefahren. Ach, da war noch Heli. Ich muss den Typen abknallen, weil der ist abgehauen und wollte die Bullen rufen. Das hat die Tür auch nicht anders gemacht. Ja, fürchte ich auch. Die Tür ist weg. Ja. Das zieht's am Arsch. Hier ist eine Schiene. Ja. Ich bin auf die Schiene. So, jetzt hab ich wieder mein Auto zerlegt. Wer hat mein Auto zerlegt? Der Crazy hat mein Auto zerlegt. Der hat die Tür auf Klasse. Das warst du diesmal selber. Du bist losgefahren und bist auch vor die Tür. An mich kommt da trotzdem jemand. Das ist ja keine Gunst. Das ist ja nur keine Gunst. Ich bin hier auf dem Weg zu euch. Weil du kannst hier nicht fahren. Nö. Kommt der auch mal hin zu uns. Ja. 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 Du hast gesehen, der kam da hoch. Äh. Wie seid ihr? Achso. Warum sind wir gerade raus? Passt schon. Wir sind jetzt auf die Tür. Wir sind jetzt bei einem Knast oder irgendwas. Ja. Hm. Wir haben den Reifen zerschossen. Die Schweine. Die Dreckige. Vorne links. Ist nur einer. Das wie es mit mir immer geht. Da vorne ist aber Ende. Da geht es nicht weiter. Boah. War die Schranke im Weg. Was seid ihr denn? Da wo es nicht weiter geht. Ey. Fahr und fahren. Ist doch Ansatzweise in den hier. Oder was? Oh. Die hauen ab. Der Heli steht auf der Stelle. Siehst du das? Ploppten die einfach auf. Nö. Der kam hergefahren. Der kam hergefahren. Und ich nicht. Das war Geld leer. Kommt schon wieder einer an. Oh! Hu! Okay. Bist dabei, ich bin da aus. Alter, ich kann nicht mal lenken. Mann! Was macht der denn, Alter? Uli tut auch gerade einen Laden aus dem Raum. Da ist Uli, direkt neben uns. Achso, den nehmen wir gerade aus dem Raum. Oh Gott, ich lass ihn kaputt. Ich hab hier irgendwie ne Chance. Jetzt nimm ich mal gleich. Wir steilen doch hier, ne? Ja, vielleicht haben wir hier irgendwie ne Chance mit dem verfickten Tunnel. Oh, ich hab ein neues Auto. Ich würde nicht irgendwas denken können. Ich suche ja gerade. Mir geht es ja um den scheiß Heli, der ja auch noch mit rumkreist dann. Nö, der ist weg. Nö, der ist weg. Siehste? Ich seh ihn nicht. Die Bullen sind ja gerade weg. Ja, jetzt kommen sie von vorne, von vorne direkt. Ich will doch hier rein. Kann nicht mal lenken. Alter, was soll man denn hier noch abhauen? Hier, China. Fahr einfach gerade raus. Oh. Und da kommt auch schon wieder der Heli. Ja, Brücke. Oh. Ja, egal, Brücke. Ist nicht gut. Ja, aber da sind auch Bullen. Oh, nein. Nein. Alter. Wo geht es mir jedes Mal? Alter, die Karre sieht aus. Oh ey, da vorne ist ja voll im Arsch. Ist ja voll eingedellt. Oh, die Bullen ey. Komm, fahr. Du Scheiß, Kahn. Ja, wie fährst du? Ja, gleich mal Puff. Gleich mal Puff und dann Auto Matsch. Nicht Wasser, nicht Wasser, nicht Wasser, nicht Wasser. Ich weiß aber, ich glaube ja, doch hier kommen wir rein. Oder du versinkst den Autoren. Das ist eh. Das ist eh kaputt. Ich will auch, wenn die Autoren jetzt versinken, dann sind wir auch kaputt. Scheiße. Sackgasse. Tja. Zurück. Cool. Festgefahren. Nein, nicht festgefahren. Doch, festgefahren. Doch, festgefahren. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt krabbelt mir das Gesicht. Ja, dann fahr ins Wasser rein. Fahr ins Wasser rein. Dann musst du dein Auto da abholen. Kaputt? Ich weiß es nicht. Hat er gesagt, kaputt? Hat er gesagt, kaputt? Ja, wenn du noch einschalten kannst. Ja, wurde zerstört. Ey, wo rennen wir jetzt hin? Erst mal den Heli abknallen, oder? Kann ich nicht. Wo ist denn meine MG? Ich hab eine MG gekauft. Wo kannst du denn nicht? Wechseln. Achso, das war ja hier, ne? Ich hab irgendwie so eine geile Gefechtspistole, alter. Kann ich auch voll auf Distanz schießen mit dem Ding. Ich bin auf dem Schrottplatz. Oh, nein! Ach Mensch, was läufst du mir ständig vor die Nase? Weil da ein Gegner war. Der auf mich geschossen hat. Gegner. Ja. Oh, bin wieder da. Komm mal. Komm, der ist Hilfe. Ach. Scheiße, hier geht's nicht weiter. Eingesperrt. Du kommst da sowieso nicht raus, ne? Das ist alles umzäunt hier. Du kommst nicht raus. Ich bin doch nicht drin. Ja, ich... Da wo ich bin schon. Warte, ich muss mir erstmal ganz kurz Inventar... Komm, friss. Warte. Geh ich. Komm, Energie. Hier geht's lang. So. Dann bin ich ja da. Kannst du da drauf zielen, weil der Visiert ja nicht an. Klar. Ne, den Heli nicht. Klar. Nein. Oh. Oh, wie sieht denn der dich an? Wie sieht das meine ich? Kriegst du nicht runtergeballert? Oh Gott. Das kannst du vergessen, Alter. Da brauchst du was Großes. Was Fettes. Was sind denn? Zwei Helis. Echt? Ja, guck mal. Wo gerade? Die müssen echt jetzt langsam irgendwo hinfliehen. Ich hab nur zwei Sterne. Und du? Ich hab keinen. Oh, was ist jetzt los? Hier landet einer. Ja. Aber jetzt hätt ich ihn abschießen müssen. Dann hätten wir einen Heli gehabt. Au. Wo ist denn der? Über dir. Bei mir ist keiner. Ich sehe es auf der Karte, aber wenn ich nach oben gucke ist nichts. Komm schon. Au. 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 Alter, wir haben hier. Halb los Santos ist hinter uns her, Alter. Ich bin ja auch die bösen Verbrecher der Welt. Guck mal. Ja, ein Udin ist sonst wo. Ich bin noch nicht weiß. Ja, vorher haben wir eine Unterführung. Ob wir es da bis hin noch schaffen. Probieren. Zwei Helis am Arsch. Ja, meinst du? Klasse. Oh, Wasser. Klasse. Oh, jetzt fall ich auch noch hin. Komm, steh auf. Hu. Ha. Hu. Ha. Du. 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 Ja, hinter uns auch einer. Ja Moment. Das ist ein Stück am Arsch. Oh guck man kann mit dem Auto sogar durch Wasser fahren. kriegst du Schüsse ab? Pluranda? Die beste Zeit in Los Andes? Ja, er hat meine Zeit unter dem Boden Stand da gerade Probe Mal tauchen Ich tauche